Ich heiße Damien. Ich heiße Damien. Mögt ihr denn Käse? Ja. Nein. Hast du hier Lieblingskäse? Im Moment ist der. Der Schom. Ja. Ihr habt aber auch einen Papa, der Mettwurst verkauft. Ja. Sollen wir den gleich mal besuchen? Ja. Die Mettwurst, die ihr besonders lecker findet? Fleischwurst. Welche Mettwurstchen schmecken besser? Die langen oder die dicken? Die langen. Wollt ihr auch mal Mettwurstmatt werden? Weiß ich nicht. Ich ja. Ja, finde ich gut. Berufung gefunden. Der ist super cremig und würzig und einfach mal lecker. Der ist super cremig.